Heute bei Näher dran. Das 1-2-3-Ticket wird ausgebremst. Außerdem Niederösterreichs Familien starten in den Sommer und Olympia rückt immer näher. Und wir sind näher dran. Das und mehr jetzt. Näher dran. Die Niederösterreich-News-Show mit Christian Trinkel. Hallo und schön, dass ihr auch bei dieser Hitze mit dabei seid. Hier ist Näher dran. Ein kurzer Wochenüberblick und das 1-2-3-Ticket, wo es wahrscheinlich mittlerweile heißt 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Niederösterreich bist du dabei. Es geht einfach nichts weiter. Das Prestigeprojekt der Grünen in der Regierung kommt nicht voran. Es geht wieder mal ums Geld und um ein bisschen gekränkte Eitelkeit im Burgenland. Die Ostregion, der VOR, der Verkehrsverbund, der Bundesländer gemeinsam, will einfach mehr Geld vom Bund als Ersatz. Das Burgenland hingegen findet es gar nicht so lustig, dass seine Pendler das volle Geld zahlen müssen über 1.000 Euro. Das Dreier-Ticket also brauchen, wenn sie vom Burgenland über Niederösterreich nach Wien fahren, während die Niederösterreicher mit 365 Euro weniger in die Bundeshauptstadt kommen. Da wird noch einige Zeit herum diskutiert werden. Aktuell, wenn ihr die Bezirksblätter-Ausgaben aufschlägt, dann werdet ihr sehen, es geht um die Familien, denn die starten gerade in den Sommer 2021, der hoffentlich ein sehr schöner ist. Das findet ihr bei uns in ganz vielen Geschichten, egal ob es um die besten Spielplätze, Ausflugstipps, Ferienbetreuung oder auch das Schicksal einer Patchwork-Familie ist. Viele unterhaltsame, lustige und sehr viele Service-Geschichten in der aktuellen Ausgabe eurer Bezirksblätter. Wir wechseln zum Landtag. Hier seht ihr seinen Kapitän. Landtagswassenden Karl Wilfing war als Kapitän auf seinem Schlauchboot im Naturpark Donauauen unterwegs. Vorher allerdings noch, letzten Donnerstag, hat er die Abgeordneten im Landtagsschiff unter Kontrolle gehabt. Die haben sich noch einmal vor den Sommerferien getroffen. Für uns, wie immer, mit dabei war meine Kollegin Karin Zeiler. Und Karin, was ist denn diesmal im Landtag beschlossen worden? Ja, Christian, 300 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2030 in die Pflege investiert. Und dadurch werden 650 neue Pflegebetten etabliert. Das heißt, Jubel bei der ÖVP, es war deren Antrag. Jubel auch bei den Freiheitlichen, denn die niederösterreichische Blackout-Gesamtstrategie hat Anklang gefunden im Landtag und so auch dieser Beschluss einstimmig. Kritik gibt es allerdings an den Plänen, die Straßenbauprojekte in Niederösterreich zu stoppen, die vom Verkehrsministerium gekommen sind. Die SPÖ ist überhaupt jetzt der Meinung, die Verkehrsministerin sollte doch bitte zurücktreten. Zurücktreten? Fragezeichen? Beamtenbashing? Fragezeichen? Wer damit konfrontiert worden ist, das lesen Sie alles auf unserem neuen Channel www.meinbezirk.at slash nö-landtag und natürlich auch alle anderen Informationen, auch alle Anträge, die abgelehnt worden sind. Hier finden Sie alles über den Landtag. Viel Spaß und ich gebe zurück ins Studio zu Christian. Danke Karin und schön, dass du immer alles für uns aufbereitest, was sich politisch im Land so tut. Und während wir alle dem Finale der Euro entgegenfiebern, steht das nächste Großereignis schon kurz bevor. Olympia 2020, auch ein Jahr später quasi, in Tokio. Am Donnerstag dieser Woche werden unsere blau-gelben Sportler verabschiedet, die sich auf die Reise nach Asien machen. Und wir sind heuer ganz nah dran an ihnen. Genauer gesagt, unser Mann, wenn es um Sport bei den Bezirksblättern geht, mein Kollege Werner Schritt-Wieser. Werner, du bist heuer quasi unser Mr. Olympia. Was planst du denn alles Schönes? Ja, lieber Christian, mit einem Jahr Verspätung ist es nun endlich soweit und die olympischen Sommerspiele in Tokio gehen über die Bühne. Nur noch wenige Tage und unsere 15 niederösterreichischen Sportler fiebern bereits ihren Einsätzen in Tokio entgegen. Wir stellen euch diese Sportler bereits im Vorfeld vor und versorgen euch während der Spiele dann mit allen Infos, Ergebnissen und Hintergrundstorys. Von 23. Juli bis 8. August haben wir eine eigene Olympia Newsshow für euch und versorgen euch täglich um 20 Uhr mit all diesen Informationen. Also, seid mit uns näher dran an Olympia. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Wir freuen uns auch und ich freue mich, wenn Werner, du dann nicht mehr in deinem Wohnzimmer sitzen musst, sondern hier an diesem Schreibtisch, um nach Tokio zu schalten, sowie in die Bezirke. Also, jetzt schon in den Kalender eintragen ab 23. Juli jeden Tag um Punkt 20 Uhr auf allen Facebook-Seiten der Bezirksblätter Niederösterreich und natürlich hier online auf näher dran TV, das große Olympia-Studio. Da könnt ihr übrigens auch jetzt schon mal vorbeischauen auf näher dran TV, denn dort findet ihr jetzt schon den Timetable, also alle Auftritte, alle Bewerbe, wo die blau-gelben Athleten mit dabei sind und den Countdown bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Danke, dass ihr diesmal mit dabei wart. Jetzt heißt es noch ein bisschen schwitzen diese Woche und ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Tagen nächste Woche frisch und munter in den Ferien in Niederösterreich wiedersehen. Bis dahin, ciao, pfiat euch. Näher dran. Alle Video- und Podcast-Folgen findest du auf näher dran TV.